Wollte ich jetzt fragen ob ihr noch aktiv seid weil Jo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einer runde SG auf dem dustmc server und ich hab grad irgendwie low fps Was abnormal ist WTF Ja heute habe ich ein paar themen anzusprechen und zwar zwei drei themen Und eins liegt mir besonders am herzen und zwar Wollte ich jetzt fragen ob ihr noch aktiv seid weil das nicht mehr so wie früher halt ist so 30 50 likes und letzte zeit ging das halt drop jetzt nur noch so 20 likes wenn wir das überhaupt schaffen Was halt einen Scherz schon sehr demotiviert weil man sich schon mühe gibt bei bei dem video schneiden und so Und ja wenn halt was nicht passt dann müsste halt in die kommentare schreiben und dann versuche ich das halt generell zu verbessern Und ja kommentare geht auch Und ja kommentare geht auch Die kommentare gehen auch zurück was Auch nochmals demotiviert und nice ein steinschwert und ich wollte halt fragen woran das liegt ob das an den ferien liegt Oder sonst was weiß ich Weil dann wüsste ich auch bescheid weil bei gewinnspielen geht das halt glatt so 50 likes wie butter Und bei normalen videos geht das halt nicht was einem schon demotiviert Und ja wie gesagt ich will mich halt Oh shit ich würde mich mal wieder freuen so bei 30 50 likes Das würde mich mal wieder mega motivieren klingt gleich geil aber die likes spielen auch eine rolle für ein youtuber Aber da weiß man halt ob es einem gefallen hat oder nicht Ja da würde ich halt sehen ob ihr noch aktiv seid und ihr könnt vielleicht so ein hashtag aktiv in die kommentare schreiben Da wüsste ich auch wer alles noch aktiv ist Und ja zweites thema Ich habe mal so eine serie gebracht CutSG Und da wollte ich fragen ob ich die wieder bringen soll Das sind halt so SG Folgen die halt lustig sind Ich halt so lustig schneide Und da wollte ich halt fragen ob ich die Ah fuck Ob ich die wieder bringen soll Oder nicht Braucht halt länger zum schneiden aber dafür sind die halt witziger und macht auch mehr spaß zum anschauen Und ja schreibt einfach in die kommentare ob ihr das wieder haben wollt Weil ich würde schon auch gerne wieder bringen Aber wie gesagt wenn ihr nicht so aktiv seid dann frage ich mich auch warum ich das halt mache Wenn ihr halt so inaktiv seid Und ja ich weiß es gibt einige von euch die ziemlich aktiv sind Und ja drops an die und ja ich sonst habe ich glaube ich kein thema mehr anzusprechen Achja comcraft nach der video wird das erste ruleplay kommen Das habe ich schon mal angefangen zu schneiden Wird schon mal nice Also es wird zwei teile von der story geben Und ja aber die erste folge comcraft kam nicht so an 100 aufrufe nur 15 likes wie gesagt das demotiviert einen schon ziemlich Auf jeden fall kriege ich den Weil der nut ist Also ich hoffe zumindest ich kriege den Ähm wie gesagt letzte zeit habe ich auch so frame einbrüche Keine ahnung woran das liegt Ich versuche das wie gesagt zu beheben Ähm vielleicht habt ihr auch ein paar tipps um das zu beheben Ich werde mir auch helfen Und ja der gibt mir Ja so Ja scheiße aber trotzdem Ich wollte halt wie gesagt die themen ansprechen die waren wichtiger als der sieg Jo combo Auch Wie gesagt ähm Hashtag aktiv Und vielleicht auch wieder 30 40 likes Würde mich wie gesagt wieder mega motivieren Und ja ansonsten sehen wir uns Im nächsten video Und jo haut rein und bis zum nächsten mal Ciao